Heute geht es um das Thema Erreichbarkeit. Das Thema Erreichbarkeit ist beim Immobilienverkauf elementar. Hier kommt es darauf an, dass die Personen, die sich schlussendlich auf die Anzeige melden, auch sofort mit dem Entscheidungsträger bzw. mit der Person sprechen können, die auch qualifizierte Aussagen zu der Immobilie treffen kann. Wenn Sie hier das Thema haben, dass Sie schlecht erreichbar sind, dann geben Sie das lieber ab. Es ist unbedingt wichtig, dass die Personen, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen und sobald die Anzeigen online sind, werden die das tun, sofort einen eloquenten und entsprechend informierten Ansprechpartner haben, mit dem Sie sich über die Immobilie austauschen können, der die ersten Fragen beantworten kann und der auf Gegebenheiten von Interessenten eingehen kann. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie, sobald die Anzeige veröffentlicht ist, am besten eine Mobilfunktelefonnummer hinterlegt haben, die Sie jedenfalls auch mit auf die Arbeit nehmen können, wo Sie entsprechend erreichbar sind. Hier wird es so sein, die Interessenten werden Sie abends anrufen, die Interessenten werden Ihnen viele E-Mails schicken und Sie werden auf jeden Fall hier auch zu späterer Stunde noch kontaktiert werden. Rechnen Sie damit, planen Sie das ein. Das ist mein Tipp zum Thema Erreichbarkeit. Achten Sie hier darauf, dass Sie per E-Mail, Handy oder auch auf dem Festnetz so viele Kontaktmöglichkeiten fast rund um die Uhr für die möglichen Interessenten bieten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Das ist mein Tipp zum Thema Erreichbarkeit.